Hier gibt's ein Schiff, das heißt Cliff? Ja. Echt? Unbedingt. Boah. Ich bin warm, Frank. Ich hab's gesehen. Ja, wo? Wo? Da ist ne ISO-Katze. Und noch ne ISO-Katze. Und noch ne ISO-Katze. Wir sind umzingelt. Alles voller Katzen. Alle vier Zerstörer sind ISO-Kasen, ne? Tony! Ich will da nicht rein in die Bucht! Von dem Flugzeugträger. Nein! Nicht mit den ISO-Katzen! Musst du nicht rennen. Mach ja auch nicht. Mit den ISO-Katzen ist das ja tot. Die schmeißen mir die Torpedos ins Genick. Weil ich hier noch schneller bin als die. Keine ISO-Katzen! Neu-York, Neu-Mexiko, alles unterwegs. Herzliche Shit. Und Fox, wir müssen auch nochmal wieder Auto fahren. Überlingt. Schon ne ganze Weile nicht mehr gemacht. Ja, jederzeit gern. Ich werde das mal schwer beschäftigt, noch. Da hinten ist schon mal ne Miyogi. Gefällt mir ja eigentlich. Schönen Blink, Blink. Oh, so kann ich allein. Als ob man die nicht gesehen hätte. So, ein Rumierblinker. Echt, ey. Scheißer Arsch. Mich decken gleich die Flugzeuge wieder auf. Geil. Echt, ey. Schieß die Dinger auch noch ab, Mann. Schön. Würde ich gern. Ich schieß auch drauf, aber ich werde die kommen abschießen. So. Jetzt bin ich wieder unsichtbar. Aber viele Schlachtschiffe da drüben. Gefällt mir. Er ist unsichtbar, Toni. Unsichtbar, Topo Helden. Entschuldigung, wo bleibst du denn? Ich schlafe in der Eile. Ich will nicht tauchen, es gibt keine Wiederkehr vom Grund. Oh, da kommen einige Kreuzer zu hier rüber, da. Ach, da sind wir da rings. Ach, das ist ja hier schon hier drüben. Ja, raus. Ich fahr auch nicht durch die Bucht durch, ich fahr da vor lang. Ach, die Phönix, die da gerade durchkommt, ist eh schaschlig, wenn sie da durchkommt. Da ist ein Zerstörer. Lol, er hat die Torpedos doch tatsächlich in die Insel reingedonnert, das gibt's doch gar nicht. Statt hier einfach in den Gang zu feuern. Ei, 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 ei. Das wird zwar einfach. Ja. Er hat noch gegen die Insel. Puff, gegen die Insel gefahren, ey. So dämlich muss ich mal anstellen, echt. Alle beide? Ja, gut. Da gibt's ja, jeder andere kommt ruhig gerade noch rum, der andere ist aber ingepredet. Der hat sie, der hat ihn nur gesehen, die Phönix und dachte sich so, och ne. Ich muss weg. Da kommt ein Zerstörer. Geil. Der freut sich. Soll, der kriegt die Torpedos bestimmt ab, die da gerade rausgefeuert wurden. Denk sich so, nein, boom, first blood. Na, first blood ist schon raus. Von uns fehlt einer. Oh. Gar Zette. Hm, da kommt einer durch. Die Phönix will. Mann, ich bin auch der Phönix. Oh, da will ich den auf den Sack hier geben. Na toll, jetzt dreht er ab. Schön. Hast du schön gemacht. Ne, das muss wahrscheinlich nicht bei uns verabredet sein. Mir fehlt Schlaf irgendwann. Aber die Miezekatzen da oben nicht. Frag mal mich. Ich bin doch mal kaputt. Ja, weißt du, was hier gleich noch an Miezekatzen auftaucht vor mir. Warum schießen die eigentlich nicht auf den? Die können doch mit Bordkanonen auf dich schießen. Warum schießen sich da nur Torpedos fliegen? Ah, jetzt endlich. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Eine Insel. Mit zwei Bergen. Eine Insel mit zwei Bergen und einem tiefen, weiten Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und Eisenbahnverkehr. Ja. Hier ploppt irgendwie grad zu viel für mich auf. Eins. Zwei. Scheiße, nicht genug. Ja. Mal gucken, ob ich da gleich noch rüberballern kann. Oder ob mir hier gleich einen Zerstörer die Torpedos durch den Gang feuert, während wir hier durchfahren. Also hier ist drüben, auf der anderen Seite. Ja. Nein. Ja, es ist alle, es ist alle drüben. Bei der Hauptflotte. Das ist nur da eigentlich zur Störung hier. Find ich gut. Scheiße, scheiße. Zieh, 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 rum, 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 rum. Und wenn du den Platten machst, dann mach ich einfach den auf Assen und fahr da rein. Nicht so einfach, der dreht grad weg. Wenn der andere Rumpf auch dann nochmal schießen würde, hätte du ihn wahrscheinlich schon dreimal plat. Ich sehe ihn nicht mehr. Und tschüss. Eins. Zack. So. Oh, da ist der Flugzeugträger. Hallöchen. Ich häng fest. Shit. Ich hab zu weit rumgedreht. Hm, der Zerstörer glatt, unseren Zerstörer zerlegt. Ach, wir müssen noch so'n Ballongebiete rufen. Da kommt noch ein Zerstörer von links. Eine ISO-Katze. Mietze-Katze? Katze-Katze. Katze-Katze. Verdammt. Jetzt meine... Das war blöd. Scheiße, Mann. Ich will hier als erstes um die Kurve kommen. Ich weiß ganz genau, was da wartet. Drei große böse Schiffe. Okay. Genau. Von Björn. Ich verstehe auch alles platt. Nice. Warum hat das passiert? Der Kratzer-Katzer-Katzer-Katzer-Katzer-Katzer ist weg. Ja, da ist nur einer hier in der Wucht drinne. Ja, der wird mich wahrscheinlich gleich aufs Krumm nehmen. Da kommt die Phoenix. Ja, ja! Eisberg voraus! Na, Knallski. Kenn ich. Ne, ne. Torpedos, zu Starboard. Da kommen Torpedos! Nein! Autsch. LOL, was war das? Das war meine vorderen Kanonen Leck mich am Arsch War doch lustig aus, oder? Nee, meine Torpedos waren doch gerade unterwegs Alter, was ist denn da im Hintergrund los? Wo ist der Verkehr? In der Wohnzimmer? Oh, da könnten zum Beispiel auch noch dazwischen Bei E hast du nicht gesehen Aber wo ist der andere, der hier in der Bucht war? Wo war ich der? Bei E6 und großen Der ist hinter dir, der ist hinter dir Ah, ficken Ah, ficken Wie vulkan Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt Mach doch keinen Schaden an den Dingen War doch nie so Mach ihn kaputt Er kann ihn mehr lenken, hat auch keinen Torpedo Jetzt kannst du ihm geben Kommen wir gerade auf mich zu und umher Auto Auto 4, 2, kassiere ich Nee, einen Einer Oh, jetzt kommen die zu mir Oh, jetzt kommen die zu mir Wir haben voll daneben geballert Kaputt gemacht Uiuiuiui Weg, ich muss weg, ich muss weg Drinnen, 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 drinnen Und der andere ist hier auch noch irgendwo zwischen Der andere ist hier auch noch irgendwo zwischen So lange von mir aus es von links rauskommt und diesem Kanon fast alle für zweiter Ehen geschließt Wenn es auf mir gewinnt sei Wenn es auf mir gewinnt sei Oh, da ist er Direkt neben dir Unter mir Mal wieder Ach du Scheiße, ich bin am Arsch. Bye-bye, Leute. Und tschüss. Oh, der Flugzeugträger. Junge, der Flugzeugträger hat mich mit Tropedos zerlegt, ehrlich mal. Ich glaub, es hackt. Wenn ihr hier bleibt, seid ihr auf jeden Fall schneller im Einnehmen und wenn ihr die Isokase loswerdet. Ja, mein Steuer ist kaputt, ich hab Wasser eingedruckt. Das ist natürlich traurig. Das macht die kaputt. Ja, ich denke er ist sie. Sehr gut. Jetzt könnt ihr euch hier bleiben und dann haben wir gerollt. Ich muss 30 Sekunden warten, bis ich den Scheiße loswerde. Ja, da kommen sie. Aber zum Glück hab ich vorher gebremst. Oh, Salz, hart und heiß. Ja. Sehr schön. Versuch mal noch da hinten in das reinzuschießen und ein paar von denen wegs- oh shit, da kommt was. Nicht nur das. Ne Fuso und ne New York. Wenn die und die mich jetzt treffen, dann war's das. Ja. Und glaub mir, die treffen mich. Kann doch nicht mal schießen. Nö. Nö. Aber nicht wieder aus dem Scheiß rausfahren. Um's treffen lassen. Bomba. Ja, wie soll ich mich da nicht treffen lassen? Gibt's getroffen? Echt? Natürlich haben die getroffen. Oh fuck. Ich hab mich einen Flieger untergeholt. Ich kass. Boyoming lässt sich auch abschießen, weil der schön rein... Oh, da kommt Torpedobomber. Ja. Hätte ich mal den... Scheiß... Flugzeugträger noch erwischt. Hätte ich mal ein scheiß Flugzeug erwischt. Die Dinger fliegen hier gemütlich über mir rum. Schieß in die so Nase, schieß in die so Nase. Buchtkanone. Ja, der Zerstörer unten bei deren Spawn muss noch irgendwas reißen jetzt. Ja, wir müssten doch noch schießen. Oh, die Wyoming. Klingt richtig. Was macht unser Zerstörer da? Keine Ahnung, ob wir die Position bringen. Aber er ist zu langsam und zu dumm. 495. Da...